so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming ich möchte euch heute beim fc bayern münchen mal die beste aufstellung zeigen die beste formation und die beste taktik das ist natürlich subjektiv ich möchte euch hier ein paar persönliche tipps geben und vielleicht kein der ein oder andere von euch zu seinem lieblingsteam in ps das ein oder andere entsprechend mitnehmen oder vielleicht natürlich dann auch zu den bayern wir gehen ins editieren menü dann suchen wir natürlich den fc bayern münchen wir gehen natürlich hier erstmal in mannschaften rein die bayern sind hier normalerweise wenn ihr kein patch drin habt hier unter weiterer europäische liegen zu finden hier sind ja dann die teams drin die jetzt nicht wirklich mit in einer mit einer kompletten liga hier integriert sind ich habe es jetzt hier aufgrund meines ps universe patches dann im rahmen der bundesliga mit drin und dann geht er hier auf strategie und und dann würde ich euch gerne mal meine lieblingsaufstellung zeigen das ist hier auf jeden fall für mich eine ganz klare aufstellung das ist die 4 2 1 3 formation oder wer es offensiver mag denn die 4 1 2 3 formation ich nehme aber mal die weil das eigentlich auch die ist mit denen die bayern üblicherweise spielen so jetzt vertue ich mich ein bisschen wir haben gesagt wir nehmen jetzt mal die 4 2 1 3 formation und dann können wir entsprechend hier mal die spieler ein bisschen postieren natürlich robert lewandowski als mittelstürmer ganz vorne dann haben wir hier als linken außenstürmer kingsley command ob ihr den als hängenspitze oder als linken außenstürmer setzt das ist jetzt aus meiner persönlichen sicht gar nicht mal so kriegs entscheidend aber wir haben auf jeden fall in diesem system drei ganz klare spitzen rechts müller würde ich erst einmal drinnen lassen links können wir auch von mir serj knabry rein machen der hat auf jeden fall hier erst einmal sehr viel bessere werte dann auf jeden fall hier im offensiven mittelfeld da würde ich mich jetzt auf jeden fall dann vielleicht doch sogar für thomas müller entscheiden der zwar auch viel auf rechts außen spielt aber eben auch auf der hängenden spitze oder dem offensiven mittelfeld als rechten außenstürmer nehmen wir jetzt einfach mal leroi sané rein dann könnt ihr die spiele auf jeden fall erst einmal postieren und dann habt ihr hier die sogenannte doppel 6 mit gorecka und kimmich gorecka könnt ihr hier vielleicht sogar noch als zentralen mittelfeldspieler spielen lassen der vorteil ist der dass er somit in diesem bereich hier von diesen drei mittelfeldspielern ein bisschen mehr offensiv auch agiert während joshua kimmich dann doch hier den defensiveren part übernimmt aber beide sind im prinzip vor der abwehrkette präsent dann habt ihr hier natürlich noch die vier abwehrkette mit alaba boateng davis und pava die standardmäßig auch so ganz gut passt jetzt könnt ihr hier vielleicht noch niklas süle mal reinnehmen aber wen ihr letzten endes hier drauf setzt ist erstmal völlig zweitrangig ich würde auf jeden fall so mit dem fc bayern agieren das ist auch meine lieblings aufstellung im übrigen im my club modus dort spiele ich ja ähnlich und bin mit dieser aufstellung bis jetzt mit abstand mit großem abstand am besten gefahren ich habe vor einigen tagen mal dort eine dreier abwehrkette probiert im my club modus eine absolute katastrophe ich habe in vier fünf spielen gar nichts gerissen nur niederlagen eingesteckt die ganze team balance war völlig raus und habe sofort wieder das system umgestellt aber natürlich muss man solche dinge auch probieren das ist ja auch ganz klar ansonsten könnt ihr hier natürlich auch grundlegende sachen noch eingeben kapitän ist zum von mir aus manuel neuer dann habt ihr den weiten freistoß habt ihr auch die freistoß werte für den weiten freistoß da würde ich mich für david alaba entscheiden beim kurzen freistoß können wir david alaba auch nehmen dann habt ihr hier noch einen freistoß schützen zwei wenn man jetzt einen indirekten freistoß zum beispiel mal macht können wir mal ruhig auch david alaba nehmen mache ich im prinzip eigentlich nie aber wenn man sowas trainiert kann man hier sicherlich auch ein paar interessante varianten mit indirekten freistößen einstudieren linker eckball solltet ihr natürlich ein spieler nehmen der nicht selber fürs tore machen zuständig ist in eurem team der aber trotzdem relativ gute werte haben sollte josa kimmich ja tatsächlich einer der bei den bayern auch viele ecken schießt und deswegen würde ich mich jetzt in beiden fällen für ihn entscheiden sicherlich könnte man bei der rechten ecke über einen linksfuß diskutieren aber wenn ihr david alaba natürlich als linksfuß den rechten eckball machen lasst dann habt ihr ihn im prinzip schon mal hinten abgezogen und ein spieler weniger in der absicherung strafstoß glaube ich eine ganz klare sache robert lewandowski angriffs unterstützung bedeutet übrigens dass die maximal drei spieler die ihr jetzt hier noch markiert bei standardsituationen mit nach vorne gehen das will wohl überlegt sein aber in dem fall könnte man durchaus sagen niklas süler als zusätzlichen spieler der zum beispiel bei eckbällen mit kopfball rangeht mit seiner physis warum nicht ihr könntet jetzt auch hier noch weitere spieler nehmen ähm gorecka kann man sicherlich auch nehmen der ja gut ist und das kann man dann so einstellen ähm das sind für mich jetzt in dem system erst einmal die wichtigsten sachen wer jetzt noch richtig fein äh alles einstellen möchte der kann natürlich auch hier noch ähm sachen suchen hier könnt ihr mal reingehen offensiv ich spiele natürlich ballbesitz bei den bayern in der regel über den kurzen pass ihr könntet jetzt auch den lang machen aber den spielaufbau der win kurzen pass könnt ihr hier schon machen ihr seht auch immer welche auswirkungen das ähm oben für das spiel eurer mannschaft hat das wird ja hier auch in dieser grafik mit ein bisschen bewegten ball dann auch entsprechend dargestellt angriffsbereich mitte ihr seht es ja hier auch beschrieben hier wird in erster linie durch die mitte agiert ihr könnt natürlich auch weit probieren und hier dann natürlich eher die angriffe über die außen machen das ist jetzt persönliche geschmackssache das heißt hier wird der ball nach links gespielt lewandowski würde sich als stürmer rein orientieren und das ist sicherlich auch eine sache die der fc bayern durchaus so spielt könnte man also durchaus hier auch drinnen lassen flexibel und formation halten ist wirklich persönliche geschmackssache ähm bei flexibel wechseln die spieler schon mal ganz gerne die position vorne und tranchieren damit könnt ihr den gegner natürlich auch verwirren wer eher fan davon ist geordnete angriffe zu spielen und ein lewandowski in der regel auch in der mitte stehen zu lassen und die flügel auch zum beispiel in der regel über außen agieren zu lassen ohne dass da groß die position gewechselt wird der bleibt hier bei formation halten unterstützungsbereich seht ihr hier ebenfalls ist ja ganz gut auch beschrieben je mehr unterstützung ist das seht ihr hier desto enger sind natürlich auch die pässe sozusagen ja hier habt ihr schon längere passwege das heißt unterstützungsbereich ist etwas geringer und damit sind natürlich auch die abstände etwas größer das ist persönlich auch geschmackssache müsst ihr mal probieren ich würde es jetzt bei so einer mittleren einstellung durchaus belassen defensiv habt ihr genau das gleiche ihr könnt jetzt eng stehen grundsätzlich ich sag mal das ist dann dafür geeignet den gegner er kommen zu lassen nicht unbedingt aktives pressing zu begehen ich würde aber hier auf frühes pressing setzen und dann könnt ihr hier auch den fokus lenken auf weites pressing also dann auch auf die außenspieler hier seht ihr es ganz gut oder ihr sagt der gegner kommt er über die mitte und dann machen wir er die mitte zu auch geschmackssache ich persönlich würde er die mitte empfehlen aber auch das ist im prinzip eure sache wie geht ihr das pressing an eher defensiv lasst ihren gegner kommen oder geht ihr eher aggressiv rauf ich mache das auf jeden fall die abwehrreihe hier spielt schon fast sehr sehr hoch so ganz so hoch würde ich jetzt vielleicht nicht spielen aber diese einstellung würde ich auf jeden fall verwenden kompaktheit bedeutet in dem fall hier für die abwehrreihe dass ihr hier die abstände einstellen können seht ihr das das wäre jetzt sehr viele löcher aber ihr würdet im prinzip gleichermaßen mitte und außen abdecken hier geht zieht sich das ganze noch mehr zusammen und das ist im prinzip dann mehr oder weniger fast vorm 16 jahren bus parken aber da seid ihr natürlich entsprechend auch anfällig über die außen auch hier würde ich eine einstellung wählen die ungefähr in diesem bereich hier liegt ich denke damit fahrt ihr ganz gut erweiterte anweisung ja bin ich jetzt persönlich gar nicht so ein freund von das ist jetzt auch geschmackssache ihr könnt jetzt hier zum beispiel sagen sturm 1 legt ihr auf eurer tastatur oben hin hier seht ihr das ja mit diesen roten markierung sturm 2 nach unten verteidigung dann entsprechend auf die linken und rechten tasten und das kann man im spiel zwar dann grundsätzlich auch einschalten ist schon auch ganz interessant hier könnt ihr euch mal ein bisschen darüber informieren was hier überhaupt alles einstellbar ist ihr könnt zum beispiel hier eine falsche 9 spielen lewandowski lässt sich zum beispiel zurückfallen um bälle abzuholen sicherlich eine möglichkeit und ja auch eine die der fc bayern durchaus so spielt hier könnt ihr dann zum beispiel sagen dass ihr primär durch die mitte spielen wollt und so weiter und so fort hier sind eigentlich alle möglichkeiten sehr gut erklärt wie gesagt ihr könnt zwei offensiv und zwei defensiv taktiken wählen hier könnt ihr zum beispiel sagen flügelverteidiger tiefe abwehrreihe schwarmbildung zocken gegenpressing wie gesagt das ist alles gut erklärt ich sage euch hier nur meine persönliche meinung ich nutze diese einstellungen selten bis gar nicht weil ich in der regel eigentlich mit den anderen einstellungen die ich euch davor gezeigt habe für mich persönlich meine mannschaft gut genug modifiziert und konfiguriert habe sozusagen mir reicht das in der regel aus wie gesagt das ist noch so ein bisschen das i tüpfelchen da könnt ihr euch mal ein bisschen durchprobieren und müsst ihr einfach mal schauen was euch davon liegt oder nicht ich wollte euch jetzt hier also gerne mal ein grundgerüst für den fc bayern münchen mit an die hand geben das ist natürlich auf jede andere mannschaft egal ob verein oder natürlich nationalmannschaft gleichermaßen anwendbar ich hoffe euch hat das kleine taktik tutorial so möchte ich es mal nennen gut gefallen ihr könnt mir ja mal gerne unter die und das video schreiben ob ihr euch mal vielleicht von einem anderen team ein solches taktik tutorial wünscht beziehungsweise welche aufstellung ich bei team xyz wählen würde und dann kann ich euch gerne auch mal ein video für euren wunschverein gerne auf dem kanal präsentieren das würde ich auch gerne machen wie gesagt schreibt und das video und dann können wir das auf jeden fall machen das soll es an der stelle dann auch von mir wieder gewesen sein wie gesagt es ist unser haupt content p es 2021 p es 2022 wird auch eine interessante sache aber ich möchte noch erst mal bei dem ableger bleiben wir haben ja mal klapp modus mit live streams und let's play folgen im angebot die meisterliga spiele ich ja mit dem fc chelsea ansonsten tipps und tricks alles in separaten playlists die findet ihr am ende des videos verlinkt oder auch unter dem video schaut doch da mal rein ansonsten bedanke ich mich für nette kommentare für einen daumen nach oben gerne auch und wer den kanal noch nicht abonniert hat natürlich auch für euer kostenloses abo damit ihr zukünftige videos unter anderem auch von ps 2021 nicht verpasst und natürlich dann zukünftig auch zu ps 2022 da gibt es ja auch schon ein news video auf dem kanal was ich auch entsprechend hier bei dem video hinten verlinken werde ich bedanke mich fürs reinschauen und sage an dieser stelle ciao und servus bis zum nächsten mal euer jens von minga gaming